Am häufigsten wird die Suche sicher für E-Mails genutzt. Aber auch im Kalender, in den Kontakten oder bei den Aufgaben ist sie sehr hilfreich. Letztendlich ist die Suche in allen Modulen gleich aufgebaut. Sie können also die vorausgegangenen Tipps auch auf die anderen Module adaptieren. Im Kalender kann man selbstverständlich auch in die Suchleiste einen Suchbegriff eingeben und mit einem Suchbereich kombinieren, zum Beispiel indem Sie nach dem Betreff, dem Organisator, einer Besprechung oder nach einem anderen Kriterium hier filtern. Passen Sie auch auf jeden Fall für den Kalender die erweiterte Suche an. Klicken Sie dazu in das Suchfeld und dann rechts daneben auch hier auf den kleinen Abwärtspfeil. Klicken Sie dann hier auf Mehr Optionen hinzufügen und passen Sie alles an. Klicken Sie dann hier auf jeden Fall.